Mach keine hastigen Bewegungen. Sag nichts über Satelliten. Ist das dein Ernst? Wieso willst du mich töten? Wieso sollte ich dich töten wollen? Na, weil ich bei unserem letzten Treffen eigentlich dich töten wollte. Das ist verdammt lang her. Es gibt Leute, die sind bei solchen Dingen sehr nachtragend. Sie waren einmal die Top-Agenten der CIA. Victoria, die beste Knipse der ganzen Branche. Was, äh, was heißt das? Ich bringe Leute um, Liebes. Aber gerade ihr Wissen bringt sie heute in Lebensgefahr. Sag mir alles, was du weißt. Ein Dummschwitzer hat sie Red genannt. Red? Retired, extremely dangerous. Wir brechen bei der CIA ein und finden raus, wer uns töten will. Wir trommeln die Truppe wieder zusammen. Ich bin ganz aufgeregt. Ich dachte, es wäre nett, wenn wir Mädels mal unter uns seht. Ihr könnt mir nichts anhaben. Und wie wir das können? So läuft das, alter Mann. Alter Mann? Kein Respekt. Alter Mann, I'm out. All right. Ich bin ganz aufgeregt. 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 Vielen Dank.